Der Anfang ist das Licht. In der Anzeige hat gestanden, wer hütet mein Haus für sechs Wochen gegen Ruhe bezahlt. Das Ende ist die Uhrfenster. Das eine Zimmer, das durften wir nicht betreten. Ich bin nur so einsam, weil ich allein bin. Mir wurde klar, dass es gar nicht um das Zimmer geht. Es ging um die verschlossenen Räume in Unis. Keine Krawatte, keine Pünktlichkeit. Aber ficken, 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 ficken. Hör auf! Es ging nur um uns. Ich bin, was du willst, dass ich bin. Ich glaube, das ganze Haus hier ist wie ein Treibhaus, in dem unsere verdrängten Gedanken gebellen ein. Wir sind hier zu früh. Diese Angst, ständig beobachtet. Jetzt ist noch was im Haus. Eine Fahrt durch die Nacht meiner Ängste. Ich bin nicht so lieb. Mit Männern ein Schloss. Ich bin nicht so lieb. Ich bin nicht so lieb. Hör aufn Okay Vielen Dank.